Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 9.705 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem sind 975 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Wie aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht, vor genau einer Woche hat das Institut 13.198 Neuinfektionen und 982 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1.244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Jänner erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden. Darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ist laut Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen bei 82,9 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Das Robert-Koch-Institut zählt seit Beginn der Pandemie 2.237.790 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, ist auf 58.956 gestiegen. Die Zahl der Genesenen hat das Robert-Koch-Institut mit etwa 1.973.200 angegeben. Der deutschlandweite Sieben-Tage-Residentwert liegt laut Robert-Koch-Institut-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,85. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.